Hallo, ich bin die Baby. Willkommen zu meinem Podcast. Heute ist zu ihm ich live aus der Badewanne. Ich hab hier so einen Stöpsel, den hasse ich mit die Pest manchmal, schlage ich den auch. Der stinkt auch voll. Batsche, was willst du von mir? Der muss doch irgendwie kaputt gehen, oder? Wie mache ich denn jetzt den besten Tod? Er guckt ja immer noch zu. Aufweil ich gar nicht, was ich machen soll, wenn der Tag lang ist. Und dann sitze ich halt in der Badwand, ne? Juck vielleicht meinen Schwanz. Wenn du dich noch einmal bewegst, ich sag das. Ich krieg dich, du Drecksack. Hast du auch gerade das Essen gehört? Achtung, Vorsicht. Geht doch gut. Das war knapp, was er sagt. Was ist denn das? Du weißt mir, irgendwas. Film auf den schwarzen Flecken. Was ist denn das für ein Scheißdreck drin, hm? Hast du nicht geputzt, oder was ist das, meine Kacke? Ich brauche es nicht einfach selbst. Hallo, ich bin aus dem Riegel. Die Welt ist auch für echt schön. Das war eigentlich ziemlich easy zu machen, ne? So ein Mensch ist ja nicht, ist ja nicht stark, eigentlich. Ich könnte einfach kaputt brechen. Ja, kaputt, kaputt brechen, das wäre es eigentlich. Die werden alle kaputt und ich kriege ganz viel Kacke von der Eise. Das war's. Okay. Wie. Ich muss euch das zusammen firearmsern. Die nicht, wenn du... weil... え. Ich verstehe die InteVacke. ys casa were liegt. Und bei mir war's. Oh management. ...